Herzlich willkommen in Ihrem Zuhause in Arnsberg. Es erwartet Sie ein herzlich umsorgender Service in einem schönen Ambiente. Unsere Restauranträume und unsere Hotelzimmer sind ausgestattet mit hochwertigen Stoffen und natürlichen Materialien, in denen es sich wohlfühlen lässt. Bei uns beginnt der Tag mit einem gesunden Frühstück. Wurst und Käse aus der Region, Schinken sowie hausgemachte Marmeladen, aber auch unser frisch geräucherter hausgemachter Speck, der das Rührei verfeinert, machen das Frühstück zum Erlebnis. In unserer Küche verarbeiten wir vorwiegend Produkte aus der Region, sei es Wild aus dem Arnsberger Wald, Pilze zur Jahreszeit, aber auch Wollschwein aus dem Oberen Sauerland. Zeibling aus dem Hellefelder Bachtal sowie das Arnsberger Gellerwind gehören zu unserem Angebot, das wir je nach Jahreszeit mit unseren Gartenkräutern, aber auch zum Herbst oder im Winter mit verschiedenen exklusiven Gewürzen verarbeiten und für Sie zubereiten. Wir freuen uns, wenn wir Sie in unserem Haus begrüßen dürfen. Wir möchten Sie dort gerne kulinarisch verwöhnen.